So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO und Niantic überfordert mich einfach komplett und wenn ich schon überfordert bin, frage ich mich natürlich, wie ihr das macht, wie ihr das alles handelt denn heute, also zu dem Zeitpunkt, wo ich das Video aufnehme, ist der Feldforschungstag mit Snubbull am 9. Mai von 8 Uhr bis 22 Uhr, von 8 bis 22 Uhr erscheint eine zeitlich begrenzte Spezialforschung Snubbull wartet als Belohnung von mehr als 50 Feldforschungen auf euch Mit Glück könnt ihr schillernden Snubbull begegnen, ist das nicht fantastisch? Vielleicht, aber warum denn ausgerechnet jetzt? Das ist schon wieder, ich weiß es nicht Gestern hat das Joto-Event gestartet, also die Joto-Nostalgie, ihr habt da die Spezialforschung, müsst das machen Habt da die Event-Spawns, jetzt ist an diesem Wochenende auch noch die Philadelphia Safari-Zone Viele Leute zocken da ihre, neben dem Joto-Event kriegen die die andere Spawns, zocken das noch, müssen die Spezialforschung machen Jetzt packen die da auch noch zusätzlich einen Snubbull-Forschungstag rein Warum? Wenn die doch wissen, dass sowieso an dem Tag Safari ist an dem ganzen Wochenende Hätte ich doch die Leute ihre Safari machen lassen, nebenbei das Joto-Event, was schon sowieso komisch ist Zwei Sachen immer gleichzeitig, aber wir kennen ja Niantic Und jetzt aber zusätzlich ausgerechnet noch einen Snubbull-Forschungstag da reinquetschen Muss das denn sein? Ich habe eigentlich gar keinen Bock drauf gehabt, weil ich mir dachte, komm Snubbull-Shiny brauchst du eh nicht Lässt sie einfach weg Jetzt habe ich aber das Konzept gesehen, wie das gemacht ist Ihr habt jetzt also 13 Stunden Zeit Und wenn ihr auf heute geht, seht ihr da die Aufgaben Begrenzte Forschung mit Snubbull Verwende drei Power-Ups bei Pokémon Fange drei Pokémon, lande drei gute Würfe Dann kriegt ihr direkt drei Snubbull-Encounter Und wahrscheinlich, wenn ihr die Aufgaben fertig habt, kriegt ihr die nächsten drei Aufgaben Warum haben sie das bei den anderen begrenzten Forschungstagen nicht so gemacht? Ihr wisst noch, bei Barschwa und bei Perlu Ihr musstet draußen rumrennen von Stop zu Stop zu Stop Musstet immer gucken, was ist da für eine Aufgabe drin? Wo ist der nächste Stop? Welchen habe ich noch nicht gehabt? An welchem Stop kann ich noch drehen? Leute mit vielen Stops haben dann natürlich einen Vorteil gehabt Die haben schön eine Aufgabe nach der anderen gehabt Leute mit wenig Stops, die gingen leer aus Die haben einfach gar nichts gekriegt Oder sie mussten zwei Kilometer laufen von einem Stop zum nächsten Warum haben sie es nicht da auch schon so gemacht? Dass natürlich wegen Corona jetzt, dass ihr nicht draußen rumrennen müsst Um Stops zu drehen und das von zu Hause aus machen können Trotzdem hätte man ja auch so diese 50 Aufgaben immer einem zuschmeißen können Und die Leute dann beim Rumlaufen ihre Aufgaben erledigen können Jetzt wollen wir also erstmal drei Pokémon fangen und drei gute Würfel landen Ich mache natürlich jetzt nicht alles Ich werde dann einen Cut machen und werde dann die Ausbeute zeigen Wir müssen nämlich auch noch einkaufen, das muss ich alles nebenbei machen Und dann muss ich mich trotzdem noch vorbereiten Weil ja die Safari Zone um 12 anfängt Jetzt ist es 8 Uhr 23 Also der ganze Tag ist vollgepfropft Das ganze Wochenende Jetzt zählt noch nicht mal der Wurf dazu Oder es wird erst danach angezeigt Und, und, und Fangel ein Pokémon Landet zwei Würfel Wir nehmen mal das Wieser hier noch mit Ich glaube ich habe sogar noch ein dickes, fettes Smetbo In irgendeiner Belohnung drin Was ich noch mitnehmen kann Und drei Power-Ups gebt mal Die Aufgaben sind natürlich sehr einfach gehalten Dass ihr das wirklich von zu Hause aus lösen könnt Da kommen sicherlich auch noch so Sachen wie Verschicke ein Pokémon Oder mach einen Schnappschuss Irgendwelche normalen Dinge Wir gehen mal hier rein Ich will, wo ist denn das Smetbo? Hier oben ist glaube ich das Smetbo drin Genau, das nehmen wir jetzt mal mit Wir nehmen sogar einen Hyperball Und werfen natürlich daneben Also so kriegt man keinen guten Wurf Bis das Video online kommt Weiß ich nicht wie viel Zeit vergeht Vielleicht lade ich es auch direkt heute hoch Aber ich muss ja auch die Kapitel vom Yodo Event noch hochladen Ich habe mich extra beeilt Dass ich die gestern fertig gemacht habe Und das wieder aufteile In 1 bis 3, 4 bis 6 und 7 bis 9 Damit ich heute in Ruhe Safari machen kann Aber es ist alles so querbeet, kunterbunt Im Endeffekt muss ich jetzt jeden Tag erstmal zwei Pokémon Videos machen Bis diese ganze Flut an Events und Sachen zu Ende ist Machen wir noch drei Powerups Dann nehmen wir wieder unser Darkrai So Das haben wir ja gefangen War ja ein 98er Da können wir ein bisschen was pushen Geben wir drei Stück drauf Wenn es nicht hängen würde 1, 2, 3 Zack Das geht mit einem Mal natürlich 160 WP dazu Verwende drei Powerups Ist auch fertig Jetzt müssten hier also drei Snubbull kommen Nacheinander Und wir werden die einfach alle mal durchlaufen lassen Und dann mal gucken Welches das Beste war Welches das Höchste war Ob wir ein Shiny bekommen haben Wie viele Shinies wir bekommen haben Ja Pupsi liegt im Bett Und hat auch ein Shiny Wunderbar 1, 2, 3 Ich habe keine Ahnung Wie man das über alles machen soll Es gibt ja auch Leute Die arbeiten am Wochenende Und in der Woche Und frühs und mittags und nachts 526 Dürfte aber jetzt schon besser sein Als das eben 1, 2, 3 Auch wunderbar drin Mal gucken Einen Versuch haben wir noch Ob da noch ein Shiny drin ist oder nicht Dann mache ich auf jeden Fall eine Überblendung Und dann melde ich mich erst zurück Wenn alle Aufgaben abgeschlossen sind Und wir die Ausbeute Anschauen können Welches das Beste ist Und ob ein Shiny dabei ist Viele die machen sowieso nur Videos mit Heute war Snubbulltag Ich habe 5 Shinies bekommen Tschüss Also warum soll ich mir dann immer so viel Mühe geben Wenn ich heute doch was ganz anderes vorhabe Und eigentlich darauf komplett verzichten wollte So Nehmen wir hier noch die Belohnung mit Wunderbar Spezialforschung abgeschlossen Hey Ich dachte da kommen 3 neue Aufgaben Kommt der Auto Du musst einen kleinen Moment warten Jetzt muss ich auch noch warten Jetzt ist einfach nochmal drauf Jetzt muss ich nochmal drauf Ich bin doch nochmal drauf Solange kann ich ja mal hier den Typ drehen Und gucken was der von mir will Erster Stopp des Tages Haben wir auch noch Unsichtbare Kräfte Ne das machen wir jetzt nicht Wann kommt denn die nächste Rocket Übernahme Das ist auf jeden Fall interessant Die muss ich nämlich auch machen Jetzt verschicke 3 Pokémon Fange 3 Pokémon hin Wickele 3 Pokémon Und dann erscheinen Jetzt erscheint auch noch unten in der Belohnung Ein Snubbull dabei Junge Junge Egal Das werden wir jetzt alles mal machen Und werden uns dann mal angucken Jetzt habe ich kein Pokémon mehr hier zum Fangen Für die Überblendung Nein Wieso ist jetzt nichts mehr hier Weil ich alles weggefangen habe Ich hätte mir was aufheben sollen Muss ich eine andere Überblendung rein machen Kein Problem Drehe ich einfach die Arena Und melde mich zurück Mit der Ausbeute vom Snubbull-Tag Um zu gucken was da alles passiert ist Aber ich muss noch ein Video schneiden Und wir müssen reinkaufen Bis um 12 muss ich auch fertig sein Und ich darf meinen Akku nicht leer machen Ah So wir sind zurück mit der begrenzten Forschung Mit Snubbull Von Snubbull Über Snubbull Wie auch immer Wir sind jetzt auf jeden Fall fertig Es wurde ja angekündigt Jetzt schmeißt der schon wieder die halbe Wand um Nein Wir sind auf jeden Fall zurück Am begrenzten Begrenzten Forschungstag Mit Snubbull Wo ihr natürlich ein gutes Snubbull bekommen könnt Ein shiny Snubbull bekommen könnt Und im Gegensatz zu den anderen Sachen Es so ausgelegt ist Zu den anderen begrenzten Forschungstagen Dass ihr das wirklich theoretisch Alles von zu Hause aus machen könnt Und keine Stops drehen müsst Für die Aufgaben Sondern immer wenn ihr drei Aufgaben abgeschlossen habt Wieder drei Aufgaben bekommt Wieder drei Aufgaben bekommt Wieder drei Aufgaben bekommt Und das bis zu 50 Mal hieß es Also mindestens 50 Ich habe jetzt mal durchgezählt Insgesamt habe ich 67 Begegnungen gehabt Mit Snubbull Wir wollen jetzt mal hier reingucken Da ist noch ein shiny Merrill Das gab es gestern noch zum Abschluss Deswegen weiß ich Dass das erste Pokémon Das erste Snubbull Was ich heute bekommen habe Aus der Forschung war Wir werden die jetzt einfach mal bewerten Und mal rüber scrollen Gucken Wie gut die sind Was das Beste ist Und wie viele shinies vor allem dabei Also wie gesagt 7 Alter 67 67 Stück 67 Snubbull Begegnungen Am Feldforschungstag Ich habe mich vorhin schon gewundert Ich habe gesagt Entweder sind die so schlecht Weil immerzu nur welche mit 520 oder so kommen Ich habe noch nie eins mit 530 oder irgendwas gesehen Immer nur so 520 rum Jetzt gucke ich beim ersten Und das erste mit 526 Ist sogar schon ein 96er Da weiß ich auf jeden Fall Dass da noch was besonderes dabei war Denn eins hat 530 Das könnte also ein 98er sein Vielleicht sogar ein 100er Oder auch ein 96er Ich weiß es nicht Aber das gucken wir uns gleich an Hier also mit einem 96er gestartet Dann ging es Munderbeider 522 WP 503 515 WP Eigentlich kann man die auch alle wegschmeißen Ich habe aber alle aufgehoben Ein paar sind aber auch entwickelt Werdet ihr sehen 497 Da wird es schon richtig schlecht 509 517 Also die meisten sind durchschnittlich immer so bei 515 bis 520 gewesen 527 Ist auch ein 98er Also das andere ein 96er Das ein 98er Und Da müsste das 530er ja eigentlich schon das 100er sein Auf jeden Fall 502 518 517 502 515 Genau 500 An dem Punkt Hat Poopsie auf ihrem Mäusekind Account Schon 3 Shinies gehabt Und ich einfach noch gar keins Also ich habe ja vorher schon welche gehabt Deswegen Mir war der Tag eigentlich nicht so wichtig Dass ich gesehen habe Okay ihr könnt das so lösen Habe ich mich ja dazu entschieden Trotzdem das Video jetzt fix zu machen Jetzt ist es nämlich 10.43 Um 12 fängt die Safari für uns an Das heißt Ich versuche das auch heute noch raus zu hauen Und abends dann eben die Kapitel von der Joto Forschung und so weiter Also alles querbeet durcheinander 514 515 516 510 516 517 520 511 527 Da haben wir es schon wieder Und wieder ein 98er Wieder die 527er Und jetzt Weiß ich auf jeden Fall Dass das 530er ein 100er ist Anders kann es gar nicht sein 504 513 515 515 513 515 Dann hatte ich die Aufgabe natürlich Ein Snubbull zu entwickeln Wenn Aufgabe war Entwickeln ein Fee-Pokémon Habe ich extra ein anderes genommen Einmal ein Merrill Einmal ein Pipi zu Pixie Aber dann musste man direkt Ein Snubbull entwickeln Deswegen ist hier ein Granbull dabei 1053 Hat natürlich auch nicht so gute Werte gehabt 499 497 515 513 515 510 517 14 21 7 499 Ich weiß gar nicht was das Schlechteste Jetzt war ich glaube 499 Oder 498 Müsste da das Schlechteste gewesen sein 527 Schon wieder ein 98er 509 505 520 520 14 21 7 Klingt wie die Lottozahlen 23 508 Und das erste Shiny Vielleicht habt ihr mitgezählt Nach wie vielen Encountern das Shiny kam 508 Und das erste Snubbull Shiny Ich habe schon gesagt Wenn ich die 50 voll mache Ohne Shiny Dann ist das noch heftiger Als wenn man einfach 10 Shinies hat Aus den 50 Sachen 500 genau Auch sehr schön 530 Und das ist das Was ich gemeint habe Da kam das zweite Shiny Und das war das Beste Snubbull Was ich bis dahin hatte Auf der Hand Und ich wusste es ehrlich Bis eben nicht Bis ich gesehen habe Dass die ganzen 527er Äh 98er sind Dann musste das 500er 530er Ja ein 100er sein Und dann auch noch Ein Shiny Also ein Ein Shiny 100er Davon mache ich erstmal Ein Screen Richtig geniale Sache Dann 23 22 7 7 Nochmal eins Was ich entwickeln musste Hat jetzt 1047 511 503 10 8 25 13 3 9 Und das waren jetzt alle Ihr seht also Aus 67 Begegnungen 2 Shinies Ein 100er Davon ein 100er Shiny Und 4 498er 498er Oder so Wir können nochmal kurz hier überfliegen 497 war glaube ich das geringste 497 Bei dem hier weiß ich es ja jetzt leider nicht mehr Das ist ja entwickelt Hier auch 497 497 müsste aber das geringste gewesen sein Was dabei war Jetzt können wir nochmal eingeben Snub Wie wird das eigentlich geschrieben Mit 2B und 2L Snub B U U U Und Schillernd Und dann müsstet ihr jetzt sehen Ich habe 2 im Event bekommen 4 hatte ich schon vorher 1 habe ich auch hier markiert Mit einem Punkt Das ist auf jeden Fall Tradebar Im Prinzip sind die 2,9 die ich jetzt bekommen habe Auch tradebar Weil Ich habe ja höhere die ich behalten kann Ich könnte also theoretisch sogar 3 Snubbull einfach weg traden Aber ich glaube Nach diesem Event Haben bestimmt so viele Leute Die noch keins hatten Auch eins bekommen So Das war es aber glaube ich jetzt von meiner Seite Was würdet ihr machen mit dem 100er Snubbull Würdet ihr das entwickeln Würdet ihr das so lassen Snubbull Och Ich hätte das Warte mal Wir geben es mal anders eigentlich Wir suchen es einfach Ich habe es schon wieder vermehrt Hier 530 Würdet ihr das so lassen Als 100er Scheinlich Snubbull Oder würdet ihr das zum 100er Grunbull machen Schreibt es mal in die Kommentare Vielleicht entwickle ich das dann irgendwann aus Spaß nochmal Wie war auf jeden Fall Euer begrenzter Forschungstag Mit Snubbull Obwohl ich eigentlich keinen Bock drauf hatte Und mir das alles nicht in den Kram gepasst hat Zeitlich Ging es jetzt doch relativ fix Die Aufgaben zu lösen Da die euch einfach immer so zugeflogen sind Finde ich auch richtig genial Meiner Meinung nach könnten sie das immer so machen Am begrenzten Forschungstag Dass man eben nicht diese Unterschiede hat Zwischen den Leuten die viele Stops haben Und den Leuten die wenig Stops haben Dass wirklich jeder immer Aufgaben hat Die er locker leicht Locker flüssig Nebenbei lösen kann Auch für die Zukunft Könnten sie so ein Konzept eigentlich beibehalten Meiner Meinung nach Vielleicht ein paar andere Aufgaben noch mit reinnehmen Zum variieren War trotzdem eine große Anzahl an Aufgaben dabei War sehr abwechslungsreich Hat eigentlich Spaß gemacht Trotzdem Scheinlichs bekommen 100er Gute Ausbeute Sag ich mal Was habt ihr bekommen Wie viele Begegnungen habt ihr Habt ihr auch 67 Eigentlich müsste ja dann jeder die gleichen haben Jeder der das Maximum erreicht hat Wie viele Shinies habt ihr bekommen Was war euer bestes Snubbull Schreibt es mal in die Kommentare Wir sehen uns beim nächsten Mal Bis dahin Peace out Vorhaut Euer Ramses